. Stell dir vor, du bist 17, total verliebt und erwartest ein Kind. Jetzt findet der Staat aber, dass du dafür noch viel zu jung bist. Er nimmt dir nicht nur dein Neugeborenen weg, sondern sperrt dich auch in eine geschlossene Anstalt. Unvorstellbar, das ist fast 40 Jahre lang die traurige Realität für Tausende Jugendlichen in der Schweiz. Eine von ihnen ist Ursula Biondi. Vielen Dank, dass du dir Zeit nimmst. Das ist klar. Ursula, was hast du verbrochen, dass du mit 17 in ein Frauengefängnis kamst? Ich war jung. Ich hatte ein Temperament. Ich habe rebelliert. Und zu guter Letzt habe ich ein Baby von meiner grossen Liebe bekommen. Das war der Grund, warum der Staat dachte, die Mutter nachziehen muss. Du warst noch zu jung. Was hast du in diesen Augen falsch gemacht? Was ich falsch gemacht habe? Ich habe mich im falschen Mann verliebt. Er war zwar ein Schweizer, aber er war noch im Heuratsverbot. Damals hat es dann noch gegeben. Er wurde schuldig gescheitert, weil er sein Nebenpoler Spital reif geschlagen hat. Mir wurde das zum Verhängnis. Als ich ihn kennengelernt habe, hatte er noch ein Jahr das Heuratsverbot. Wir haben uns ziemlich schnell verliebt, weil wir beide Probleme hatten. Bei mir zu Hause ging es nicht mehr, schon seit Jahren. Und wir haben ziemlich schnell beschlossen, wir machen doch unsere eigene Familie. Dann rette uns niemand mehr. Und das wäre eigentlich noch gegangen, wenn er das Heuratsverbot nicht hatte. Aber zudem noch, ich war erst 17 Jahre alt, und wir konnten nicht zusammenleben. Das war damals in der Schweiz Das Konkubinatverbot. Und er wäre eigentlich ins Gefängnis gekommen, weil ich noch minderjährig war. Er hätte fünf Jahre riskiert. Und wir hatten uns zu festgehend. Wir wollten nicht getrennt sein. Ja, was ist uns geblieben? Wir mussten weg. Wir mussten ins Ausland. Vor allem dort, als ich dann schwanger war, hat mein Schatz mir damals gesagt, wir müssen gehen. Sonst passiert dir das. Was anderen passiert ist, er hat ja Freundinnen gehabt, die er gewusst hat, was ist ihnen passiert. Dann hat man die Babys zwangsabortiert. Und nachher, die einen, die Pech gehabt haben, hat man dann noch zwangssterilisiert. Und wir wollten unsere Zukunft behalten. Das heisst das Baby im Buch. Da sind wir ab, auf Italien, Frankrisch, Spanien, überall. Wir haben gedacht, wir kommen dann wieder zurück, wenn das Kind da ist. Und dann, das Ziel war eigentlich, das Dritte, um zu meinen Eltern zu gehen. Und dieser Satz bleibt mir noch heute, wo ich mir sage, wer will denn eine Familie sprengen? Und das haben dann aber doch einige etwas anders gesehen. Ja. Du hast sozusagen zu diesen administrativ versorgten Jugendlichen gehört. Was bedeutet das, administrativ versorgte? Für mich ist das ein Hüllwort. Das ist ein Hüllbegriff. Das versteht ja fast niemand. Das heisst für mich, aufgezwungene Schicksale. Für mich bedeutet das, also das, was wir erlebt haben, Jugendliche dort drin, oder auch in anderen Strafanstalten. Das sind Verbrechen an den Menschenwürden. Wir müssen vielleicht darauf eingehen, was haben die Leute, also was hätten wir machen müssen, oder was ist der Fehler gewesen von den meisten, dass sie eingesperrt worden sind? Was sind Gründe? Wir haben einfach damals nicht in die Norm gepasst. Und wenn ich mir überlege, wenn man mir sagt, ah, ihr habt halt nicht in die Norm gepasst. Wir haben nicht in diese restriktive, heuchlerische, doppelte Moral gepasst. Sie sind unseren Bedürfnissen und unseren Gefühlen gefolgt. Und das ist aber tausend Menschen in dieser Schweiz zum Verhängnis geworden. Wir sind eigentlich Pionieropfer. Weil wir haben unseren Tabus brechen. Wir haben uns gewehrt. Und es sind in furchtbare Situationen gekommen. Was meinst du, wie es mir gegangen ist? Im dritten, vierten Monat schwanger auf der Flucht, in den Wäldern müssen schlafen. Nur schauen, dass ich mich das Kind behalte. Es hat damals, also wir reden hier von den 40ern bis 81. Bis 81, ja. Genau. Was ist so? Es gab ein Gesetzesartikel, der geheiss, z.B. wenn man den Eltern nicht gehorcht. dann... Ja, das ist das alte ZGB, das heisst die Vielgesetzartikel, der geheiss zum Schutz in der Jugend. Ich kann ihn jetzt nicht auswendig. Ich bin dort hineinkommen, unter dem Alt-ZGB 283 und 284. Das hätte ja eigentlich zu meinem Schutz sein sollen. Und meine Eltern haben damals wirklich... Sie sind auf die Amtsform und schafft. Und ich kann meine Eltern auch verstehen, dass sie wahnsinnige Angst hatten um mich. Und ein geschiedener Mann, der noch im Heuratsverbot war, das ist damals in den Augen von den Behörden und von meinen Eltern und der Umgebung. Und das sind übel, beläumtete Männer gewesen. So hat man ihnen gesagt. Und dann ist natürlich... Meine Mutter hat furchtbare Angst gehabt. Sie hat dann auch die Interpol eingeschaltet, wie sie mich gesucht hatten. Und sie ist dann auf die Amtsform und gearbeitet. Und sie hat dann nach einem Beistand gesucht. Wir hatten keinen Vormund gehabt. Und sie ist im guten Glauben gewesen, ein Beistand ist eine Person, die dabei steht. Und sie hatte blindes Vertrauen in die damalige Behörde und hat dann eigentlich für ein geeignetes, geschlossenes Erziehungsheim zu ihrem Schutz und zum Schutz für das ungeborene Kind in so ein Heim kommt. Und sie hat... Ich habe gerade darauf einstiegen, weil ich gerade gesehen habe, dass Kevin Lehmann fragte, was ist schlussendlich mit dem Kind passiert? Also, du warst eigentlich schwanger auf der Flucht gewesen. Ja. Du bist per Interpol gesucht worden. Ja. Also, ich bin dann in Schatz. Wir waren auf der Flucht und haben versucht, die neun Monate durchzustehen. Und es war gefährlich, weil mein Schatz ist ja... Wenn man ihn verwünscht hätte, wäre er wegen mir fünf Jahre ins Gefängnis gekommen. Und ich wollte ihn schützen und er wollte mich schützen. Und wir hatten dann sehr viele Freunde in Italien, respektive seine Freunde und auch in Frankreich und in Spanien, wo wir Unterschlupf hatten. Aber als wir zurück waren in Italien, hatte ich plötzlich Bauchweh und ich musste ins Spital. und dort musste ich natürlich sagen, wer ich bin. Und dann haben sie herausgefunden, dass ich eine Schweizerin bin und dass ich noch minderjährig bin. Und dann haben sie gesagt, sie können mich leider nicht in Italien behalten. Sie müssen mich an die Grenze bringen. und ich hätte ja hundertmal abgehen können. Das war ein Polizist nach in Zivil, der mich an die Grenze gebracht hat, der sehr nett war. Wir sind ja noch essen gehen, er hat mich noch eingeladen zum Mittagessen. Und ich hätte hundertmal abgehen können. Wenn ich gewusst hätte, was mir nachher passiert, ich wäre doch nie mitgefahren. Also Sie haben dich dort eigentlich aufgelesen, zurückgebracht und du hast das Kind nachher in der geschlossenen Anstalt bekommen. Das war dann so. Ich bin dann gerade von Kiasso her, es hat gerade einen anderen Wind geweht. Gerade mit Handschämen abgeführt in eine Zelle hinein. Ich musste dort übernachten. Nach einem anderen Tag ging sie zu Urania und die hatten immer Angst, dass ich wieder flüchten könnte. Und dann von dort aus hat man mich ins Polizeigefängnis in Bern auch noch zehn Tage dort hineingesteckt, weil es im braunen Trakt von den administrativen versorgten, also von den jungen Menschen, dort hatte es noch keinen Platz. Es war noch keine Zelle frei. Die Zellen mussten gezahlt werden. Das war ein lokaliger Trakt, nicht wie der Verurteilte. Dann musste ich dort ausharren, schwanger, eingesperrt. mich holen. Dann kam ich auf die Hintelbank. Das ist ein Verbrecher, der Menschenwirt, was dort drin passiert ist mit uns Jugendlichen. Das hat überhaupt nichts mit der Erziehung zu tun, nicht nur mit Strafen. Es ging um das Brechen der Persönlichkeit, von den Jugendlichen, dass wir uns schlussendlich an sämtliche Institutionen ... ... Es ist eigentlich nur darum gegangen. Wie hat der Alltag ausgesehen? Der Alltag hat so ausgesehen. Schon als ich dort kam, haben mich überall gesucht, ob ich etwas versteckt habe. Dann war mein erster Schock, ich meinte, ich komme in eine zusammen. Und dann, als ich in das ... Ich hatte das erstmenschliche Zimmer, und dann sehe ich schon die Gitterstäbe. Und in dem Moment, als ich mich aufs Bett setze, höre ich die Tür, wie die zugeht. Und eine Zellentür klingt einfach anders, als eine Zimmertür. Ich drehe mich um und sehe, die Zellentür hat keine Tür fallen. Und dort habe ich meinen ersten Klaustrophobianfall bekommen. Und dann musste ich mich zusammennehmen, wegen meinem Kind. Mein Kind hat mich eigentlich gerettet. Ich glaube, ich wäre greilsam durchgedreht. Ich musste dann als Fenster zu den Gitterstäben Luft holen. Ich meinte, ich gehe zusammen. Nach drei Stunden sind sie mich geholt. Dann habe ich schon die anderen gesehen. Es gab einen Tee. Es war am Nachmittag, als ich dort eingeliefert wurde. Und du hattest dort einen grossen Esssaal gehabt. Und du hattest nie allein in diesem Hinderbank rumlaufen. Du bist immer gruppenweis. Und es hatte immer eine Wärterin. Man hat nicht Aufseher gesagt. Das waren Wärterinnen oder ein Wärter. Und dann bist du immer von einem Bereich, ob das der Esssaal war, oder der Arbeitsbereich, oder der Wäschkochebereich. So wurde dann eingeteilt. Und du hattest auch eine Nummer. Ich war Nummer 94. Also ihr seid dann zur Zwangsarbeit dort verdunert worden? Zwangsarbeit. Meine erste Arbeit war, weil ich schwanger war, hat mir der Direkte gesagt, ich weiss das noch gut. Er hat mir einen grossen Schlüsselpunkt aufs Pult gelegt und gesagt, ihr seid schwanger. Ihr müsst euch bewegen. Ihr müsst den ganzen Zellentrakt, alle Gänge aufwischen und aufwaschen. Und dann sämtliche Zellen der Administrativ Versorgten auf Sauberkeit kontrollieren. Und die, die es nicht sauber gemacht haben, abhacken, werden gestraft. Und das war meine Aufgabe zuerst. Nur am Morgen und am Nachmittag musste ich Sockerlismen für die Häftlinge vom Torberg. Und das haben meine Eltern überhaupt nicht unterschrieben. unterschrieben, dass ich einen Haushalt lernen sollte. Und eine Säuglingspflege. Die haben ja fast 7'000 Franken bezahlt. Im Gegensatz zu denen, die gemordet und geraten sind. Die 7 sind natürlich vom Staat freigehalten und die haben genau gewusst, wenn sie rauskommt. Das haben wir alles nicht gewusst. Wir sind ja Ender-Dachs genannt worden. Die Unterhunde der Häftlinge zum Teil. Wir sind dumm, wir haben uns verwirrt oder schwanger oder was immer. Das war grauenhaft. So, kurz zurückzukommen. Du warst schwanger. Wo hast du dein Kind bekommen? Dann war es so, das war im Hochsommer, im August. Und eine halbe bis zwei am Morgen plötzlich grausame Schmerzen. Und ich wusste nicht, damals war mir noch nichts aufgeklärt wie heute. Und ich wusste nicht, was das ist. Und ich bekam eine grausige Panik. Aber wir hatten ja kein Licht in dieser Zelle. Wir hatten ja kein Lichtschalter gehabt. Wir hatten kein Interfonds gehabt. Wir hatten keine Türfallen gehabt, die man rütteln konnte. Das einzige Telefon, das ich hatte, war mein Holzzocker. Wir mussten eine Zocker tragen. Ich nahm den an die Wand an die Tür und fragte mich an die Tür, damit mich die anderen hören. Und so hat sich dann eine um die andere verwacht. Und so ist dann der ganze braune Trakt geklopft. Wie wahnsinnig. Nach einer halben Stunde ist man mich dann geholt. Aber ich hatte grausame Angst. Und dann hat man mich direkt transferiert ins Inselsspital in Bern in den in den Momenten, in den Momenten, das Kind da war. Das heisst, Nabelschnurre durch, das Kind war weg. Ich sah nur nur das Füderchen und hörte es schreien. Ich wusste nicht einmal, ob es ein Bubi oder ein Mädchen ist. Das Kind war weg. Und ich war noch zu fest. Also ein französischer sicherer Älster. Ich wusste auch nicht. Und dann hat man mich so eine halbe Stunde einfach liegen lassen. Und dann bin ich so ein bisschen neugierig geworden. Was ist los? Wo ist mein Kind? Und dann habe ich dort auf einem Tischchen ein Zettel gesehen, so ein gefaltetes. Und ich sah dort nur so halb meinen Namen Biondi. Und ich dachte, das geht ja mich etwas an. Nimm den Zettel und was lese ich? Die Mutter das Kind nicht zeigen wegen Adoption. Was machen sie in so einem Moment? Sie sind siebenzehneinhalb. Nach drei Stunden war ich in einem grossen Spitalzimmer. Es waren etwa acht Frauen dort drin. Zum Glück für mich. Ich hatte es immer noch nicht. Und dann habe ich gemerkt, wie bei so einem komischen Geschmack. Mir hätte etwas auf den Busen gestrichen. Dann hat man den Busen ganz eng eingebunden. Und ich frage dann die Krankenschwester, was machen wir da? Und sie ist mir noch zweifach gekommen. Ich soll nicht so blöd fragen. Sie müssen mir die Brust eingampfen, damit die Milch nicht einschliessen. Das Kind sei für die Adoption vorgesehen. Und da muss ich sagen, mit siebenzehneinhalb ich bin dort aufgestanden. Ich habe gemeint, ich nehme mein ganzes Zimmer auseinander. Das war nach drei Stunden nach der Geburt meines Kindes. Ich habe dort gebetet. Ich habe gemeint, ich schliesse alles. Und ich hatte wahnsinnig Glück, dass ich sehr viele Zeugen hatte. All diese Frauen. Wenn ich allein gewesen wäre, ich hätte eine Spritze bekommen. Und ich wäre wahrscheinlich in die Periatrie gelandet. Und ich hätte mein Kind nie mehr gesehen, wie es Tausenden, aber Tausenden passiert ist. Also das heisst, wirklich Zwangsadoption ist etwas, was ganz klassisch ist. Die Leute sind Teil uns auch zwangsterilisiert worden. Das sind unglaubliche Geschichten. Zudem kommen wir nachher nochmals. Genau über solche Geschicksale hat das SRF in Co-Produktion mit C-Films einen Film gemacht. Respektive sie sind gerade dran. Und wir hätten jetzt die Rabea Ecke bei uns zugeschaltet. Jetzt müssen wir kurz schauen. Wir würden sie live mit ihr skypen. Hallo Rabea. Schön, dass du dabei bist. Hallo. Du spielst ja im Film Lina liebt, wo es genau um solche Schicksale geht. Die junge Lina, also eigentlich die Hauptrolle. Wie war es für dich, als du von solchen Schicksalen gehört hast? Als ich das erste Mal davon gehört habe, war es eigentlich vom Casting-Aufruf. Und das ist natürlich ... Ich war völlig geschockt. Ich wusste gar nicht, dass es so etwas gegeben hat in der Schweiz. Vor allem, ich meine, 1980, das ist jetzt noch nicht so lange her. Aber ich hatte noch keinen Bezug dazu. Und erst später auch mit den Vorbereitungen und den Recherchen. Und als ich auch Ursula getroffen habe, habe ich irgendwie mehr darüber erfahren. Und es ist wirklich einfach unglaublich, was diesen Leuten passiert ist. Fast sprachlos. Du hast Ursula getroffen. Wie hast du dich sonst auf diese Rolle vorbereitet? Ja. Einer der schwierigsten Punkte fand ich eigentlich, dass es halt in den 60er-Jahren spielt. Und das heisst, ich kann mich nicht so direkt damit identifizieren. sozusagen. Und wir haben halt viele zum Beispiel Videos geschaut oder eben Ursula getroffen. Ich habe ein Buch von ihr gelesen. Und ja, wir mussten irgendwie lernen, zu reiten. Aber eigentlich ist schon das meiste um Recherchen gegangen. Und ja. Was hast du da für Gefühle dabei gehabt, als du diese Frau gespielt hast? Also ich meine, es sind wirklich sehr intensive Szenen dabei. Und es ist ja, sehr, ja, sehr ergreifend, sage ich mal, wenn man so Szenen spielen muss. Und ich kann eigentlich gar nichts sagen. Es ist vor allem die heftigen Szenen, die sind einfach, ja, sehr schlimm gewesen auch. Ja, also, ja. Also es ist eigentlich heute fast unvorstellbar. Mich würde interessieren, was denkst du, was würde heute passieren, wenn einfach so Jugendliche abgeholt werden würden? Wie würden wir auf das reagieren? Ähm, ich denke mal, also, erstens ist es, kann ich es nicht, es wäre gar nicht möglich. Aber ich glaube, wir würden wahrscheinlich, ich denke, es würde sich, ähm, es würde irgendeinen Strom auslösen, es würde um die Welt gehen. und ich glaube nicht, dass irgendwie, dass die Öffentlichkeit würde zulassen, dass junge Menschen äh, weggesperrt werden. Ich meine, es gibt viele junge Mädchen, die sehr jung schwanger werden und die irgendwie rebellisch sind heutzutage. Und ich glaube, das wäre nicht möglich. Mhm. Danke dir vielmals für dein Statement. Vielen Dank. Wir sind natürlich sehr gespannt auf den Film. Ja, danke. Danke vielmals für deine Zeit, Bea. Dankeschön. Was denkst du, also, sie hat jetzt gerade so ein bisschen angesprochen, heute könnte das nicht mehr passieren. Wir sind auch viel besser vernetzt. Wir können Informationen über das Web, über Social Media durchgeben. Was denkst du, was hätte es damals gebraucht, dass das nicht hätte passieren können? Ey, wir haben damals überhaupt kein Recht gehabt. Das heisst, wir Jugendlichen, wir sind natürlich gedrillt worden, oder gezüchtigt worden. Nur schon von zu Hause aus. Nicht alle, aber viele. Zum Beispiel wie bei mir. Wir hätten viel mehr Schutz gebraucht. Aber damals hat es einfach geheissen, solange du dein Geld nicht verdienst, hast du nichts zu melden. Und, äh, ich glaube, das kann man gar nicht mehr vergleichen mit heute. Was einfach, wenn man mir einmal sagt, man kann das nicht vergleichen von damals mit heute. Das Leiden geht aber weiter für die 7 jungen Frauen, die jetzt viel, viel älter wurden, die 60, 70, 80, weil die müssen heute mitschauen und sagen, wieso kann jetzt diese Frau, hast du jetzt die gesehen, die ist jetzt Grossmutter, die kann mit ihnen Enkel spielen, oder wieso kann jetzt die junge Frau, die hat doch jetzt mehrere Partner gehabt, und sie hat schon als Kind. Und jetzt heiraten sie aber einen, der nicht der Vater ist von dem Kind. Und die kann sogar noch weisse Kirchen. Was haben denn wir verbrochen? Wir sind doch nur unseren Gefühlen und Bedürfnissen gefolgt. Wieso haben wir so zum Teil mit dem Leben zahlen, mit dem Verstand. Darum sage ich ja immer, wir sind Pionieropfer von dieser Gesellschaft von heute, wo sich zum Teil die Freiheit in der, wo sie lebt, nicht einmal hinterfragt. Und das tut weh. Das tut weh. Das tut weh. Was es dann eben bräuchte oder könnte brauchen für eine Wiedergutmachung, ob so etwas überhaupt möglich ist und auch wie die Ursula das Ganze aufgeschafft hat, das schauen wir an nach einer ganz kurzen Pause. Darum bleib unbedingt dran. Und bis gerade. Unseres Thema heute sind die administrativ versorgten Menschen in der Schweiz. Dazu ist Ursula Biondi bei mir. Ursula, wir haben vorher angesprochen, es sind ganz schlimme Sachen passiert. Jugendliche sind teilweise auch für Medikamente Missbrauch. Respektive Medikamente sind an ihnen getestet worden. Man hat den jugendlichen Kind weggenommen. Zwangsadoption. Sehr viel körperlicher Missbrauch. Wie kann man so etwas aufschaffen? Wenn man durch die Hölle ist, wie ich damals, als ich aus Hintelbank entlassen wurde. Ich war ganz nah am Tag. Ich habe Hintelbank empfunden wie eine Sarge, die den Deckel nur noch offen war. Man musste so viel zurückstecken. aufschaffen hat, dann hast du einfach zwei Möglichkeiten. Jetzt zeigst du ihnen sich. Du lässt dich nicht unterbringen. Und ich habe das 33 Jahre gemacht. Ich bin immer in einem speedy Tempo. Ich habe enorm viel erreicht. Aber die Sache ist, ich habe das nie aufarbeiten können. Ich konnte es erst vor 15 Jahren mit einer Psychiaterin aufarbeiten. Und dort habe ich gemerkt, mein Gott, was haben die mir für einen Schaden angerichtet, also seelisch. in der Gesellschaft war das kein Problem. Ich habe enorm viel erreicht. Die Sache ist einfach, um weiterzukommen. Wenn so etwas passiert, so eine riesige Ungerechtigkeit, dann ist es ganz wichtig, dass man nicht hassen und nicht ins Selbstmitleid verfallen. Dass die Wut da ist und immer wieder der Schmerz wiederkommt und das Ausbrüllen tut und da kommt ja immer wieder die Freude und immer wieder vorwärtsschauen. Das ist ganz wichtig. Aber ich bitte euch, wenn das euch passiert, irgendetwas, versucht, nie zu hassen und dieses Selbstmitleid tötet. Das macht dich kaputt. Was auch noch wichtig war, als ich Glück hatte, ich weiss nicht, wieso ich das habe, ich habe ziemlich früh gelernt, zu verzeihen. Aber attention! Verzeihen heisst bei mir nicht zu entschulden. Ich habe mir das einmal so vorgestellt, die Menschen, wo wir so ein Beigestell hatten, zwischen elfjährigen und 18, dass mir das ja fast das Leben gekostet hat oder den Verstand, habe ich versucht, zu verzeihen. Und habe es dann aber bildlich gesehen, wie es dann von mir weg war mit einem riesen Rucksack. Und da habe ich mir einmal gesagt, den musst du selber tragen. Den musst du selber tragen. Der Suchhaus Peiner fragt jetzt gleich noch, ich denke, so etwas passiert teils immer noch. ist das so, dass so etwas nichts passiert? Es gibt auch heute immer wieder Sachen, die nicht korrekt sind, die nicht gut sind. Darum, ich sage ja immer, auch der jüngeren Generation, ich gehe ja viele Schulen und wir werden jetzt auch anfangen, in den Universitäten, auch in verschiedenen Universitäten in der Schweiz Aufarbeitungen zu machen, erklären. anzuschauen, nicht wegschauen, nicht wie sie es bei uns gemacht haben. Und nicht nur anzuschauen, auch handeln. Jeder sollte eigentlich sensibilisiert sein, in unserer Schweiz, damit so etwas nicht mehr passiert. das mit der administrativen Versorgung, dass man Jugendliche in Gefängnisse in Ruhe, Deutsch gesagt, wo es mit Zwangsarbeit machen, wo es damit Kriminellen wirklich mit Mörderinnen zusammenkommen, die finden, es ist geil, wenn man die Männer umbringt, wenn man denen den Kopf abeinander hat. Ich glaube, das gibt es heute nicht mehr. Aber, ja. Es ist ja eine wieder eine Gutmachungsinitiative momentan im Umfeld. Ja. Aber was würdest du dir ganz konkret wünschen? Noch ganz kurz, wir sind fast am Ende. Was ich mir wünschen würde, das Ganze, das wir jetzt ins Laufen gebracht haben, in der Vernehmlassung, es geht jetzt weiter, der ganze politische Kampf, dass das die Stadt kommt und dass man da jetzt im 2017, dass da die ersten Solidaritätsfonds, also Auszahlungen, könnten stattfinden für die Menschen, die das erlebt haben. Und das sind ja keine grosse Beträge in dem Sinne. Es ist einfach eine Anerkennung an das Unrecht. Das ist ja nicht nur ein Unrecht, es war ein Verbrecher, das so ein Auto hat. Es ist ja nicht normal, dass man einen Jugendlichen oder ein Kind in einem Heim steckt und dann ist sie in einem Gefängnis. Und das ist ja so nachhaltig bis ans Lebensende. Wir müssen das tragen bis ins Grab. Ja. Und es ist ja nicht nur das, es sind ja auch unsere Angehörigen, unsere Kinder, die müssen das auch mittragen, unsere Frau. Das Leiden geht weiter, genau. Wir sind sehr gespannt, wie das aussieht, wie die Wiedergutmachung aussehen wird. Vielen herzlichen Dank, dass du da warst, Ursula. Eure Heimat danke vielmals fürs Mitschatten. Es war total spannend. Jetzt geht es weiter mit Neues. Ich würde sagen, ich hoffe, alle von euch einen schönen Abend mit. Tschüss zusammen. Tschüss. Tschüss.